Inhalt, Gedanken und Aufbau Heute wird mein kleines YouTube-Studio nochmal geupdatet bzw. ich ersetze die beiden Single-Lampen-Softboxen durch zwei neue mit LEDs. Die alten haben nämlich so Energiesparlampen. Dafür habe ich mir ein Paket mit zwei Softboxen geholt und die Marke ist mal wieder ESDDI. Von dem Hersteller habe ich schon so einige Produkte im Einsatz und hier stimmt eben das Preis-Leistungs-Verhältnis für meine Zwecke. In diesem Paket befinden sich also zwei LED-Lampen, zwei Stative und zwei Softboxen. Diese baue ich jetzt auf und gehe einfach auch mal auf Details ein, was ich hier so gemacht habe. Die Schirme folgen dem gleichen Prinzip wie die anderen Softboxen, die ich bereits besitze. Dieses Konzept sehen wir bei allen preiswerten Modellen. Der Schirm wird wie ein Regenschirm aufgeklappt und der Ring innen fixiert. Innen ist der Schirm mit einem reflektierenden Material ausgekleidet, damit das Licht eben gestreut wird. So ein beiliegendes Stativ erfüllt seinen Zweck, ist aber auch beim Preis natürlich dementsprechend günstig verarbeitet. Eines dieser Stative wiegt nur um die 726 Gramm und ist mehr oder weniger aus dünnem Metall gefertigt. Die sind extrem leicht, das hat aber auch Nachteile. Es sind genau die gleichen Stative wie bei meinen alten Softboxen und auch die Bauweise findet sich bei den ganzen günstigen Fotolampen. Ich habe mehrere von diesen Dingern seit vier Jahren hier stehen und sie haben ihren Zweck erfüllt. Die Dinger erfüllen also ihren Zweck, allerdings empfehle ich euch unbedingt den Fuß zu beschweren. Ansonsten fallen diese aufgrund des geringen Gewichts nämlich sehr leicht um, wenn man da dran stößt. Alternativ ist es auch möglich die Stative auf einen Rollwagen bzw. Dolly zu packen, aber dazu habe ich ein separates Video erstellt, Link unter dem Video und eine meiner Softboxen, die steht eben auf so einem Dolly. Die 50 Watt 400 Kelvin LED wird jetzt in den E27 Sockel im Schirm eingeschraubt. Das ist nichts Exotisches, sondern ein normaler Lampensockel, wie man ihn eben von normalen Lampen kennt. Der Softboxschirm wird per Klemmhalterung am Stativ befestigt. Dazu wird er einfach aufgesteckt und mit einer Schraube festgeklemmt. Auch dieses Konzept war bei meinen alten Softboxen schon so. Das Stativ ist höhenverstellbar, aber ich empfehle eine maximale Höhe samt Schirm von ca. 180 cm, sonst wird es je nachdem etwas instabil, vor allem wenn der Fuß nicht beschwert ist. Die Höhe, auf der man das maximal ausziehen kann, liegt bei so ungefähr 2 Metern, aber wie gesagt, 1,80 empfehle ich da. Ich kam dann aber auch noch auf eine andere Idee und zwar habe ich hier noch alte Mikrofonstative herumstehen. Und wenn ihr über so einen Adapter verfügt, wie ihr hier im Video sehen könnt, dann könnt ihr den aufschrauben auf das Mikrofonstativ und dann könnt ihr eben die Softbox da drauf befestigen. Solche Adapter-Sets gibt es auf Amazon für um die 12 Euro, da habe ich mir mal eins gekauft, da sind auch noch andere Adapter dabei. Und dann kann man eben die Softbox auch an so einem Mikrofonstativ befestigen, wenn man das halt möchte. Pro Softbox kommen wir hier auf einen Preis von 35 Euro, muss ich sagen, das ist schon extrem wenig. Und jetzt im Anschluss schauen wir uns nochmal einen kleinen Vergleich an mit den alten Modellen, die ich hier eben noch einsetze. Die neue Softbox im Vergleich zur alten. Meine alten Softbox haben einen größeren Diffusoschirm, denn er ist 50 cm breit und 67 cm lang. Die neue Softbox ist quadratisch und 50 cm breit, wie hoch. Die Streufläche und der sichtbare Lichtbereich in der Reflexion ist also geringer. Für meinen Anwendungsverder ist das aber irrelevant. Die alte Lampe benötigt 135 Watt und hat 5500 Kelvin. Die neue LED-Lampe verbraucht nur 50 Watt und hat 5400 Kelvin. Das ist also deutlich weniger Energieverbrauch als zuvor. Mein Lichttestmedal in Softbox hat ergeben, dass die neue Lampe, also die LED, die hat zwar deutlich weniger Watt, ist aber deutlich heller. Das sehen wir hier auch auf dem Testbild. Dazu gilt es aber auch zu sagen, dass der Vergleich mit einer vier Jahre alten Energiesparlampe war. Mir scheint nämlich, dass diese auslaufenden Energiesparlampen mit der Zeit und Helligkeit verlieren. Das ist aber nur so eine Vermutung. So eine LED-Ersatzlampe ist gar nicht mal so preiswert, muss ich sagen. Die Energiesparlampe gab es in der 135 Watt Version damals für 15 Euro rum. Die LED-Lampen kosten schon eher so 25 Euro aufwärts. Das sind zumindest die aktuellen Preise, die ich hier gefunden habe. Nachteil dieser alten Energiesparlampe ist, dass diese, soweit ich informiert bin, Quecksilberdämpfe enthält. Wenn die also zerbrechen, diese Lampen, dann ist das nicht so toll und ja, das ist mir schon passiert. Habe ich dann das ganze Zimmer lüften müssen. Laut Wikipedia sind die quecksilberhaltigen Energiesparlampen seit 2018 in der EU wohl auch nicht mehr zugelassen. LED ist die Zukunft kein Quecksilber und weniger Stromverbrauch. Mein Fazit. Ich habe jetzt zwei kompaktere und hellere LED-Lampen. Die Leuchtmittel sind vor allem nicht mehr quecksilberhaltig. Und die anderen zwei Softboxen werde ich bei Zeiten auch mal ersetzen. Mal sehen, was es da für Möglichkeiten gibt. Vielleicht wird es ja ein LED-Panel, da muss ich mal schauen. Die alten Softboxen haben mir gute Dienste geleistet und ich habe damit hunderte Videos gemacht. Für meinen Zweck und das mir zur Verfügung stehende Budget war das vollkommen ausreichend. Das Video meiner ersten Softbox ist im Übrigen vom 05.11.2016, falls das jemanden interessieren sollte. Für um die 70 Euro finde ich das Paket fair und ich werde die Lampen jetzt hier in meiner Mini-Studie nutzen. Gibt es bessere? Klar gibt es das. Wer hunderte Euro von Budget hat, der kann sich auch gerne professionelle Softboxen von Valimax und Co. anschauen. Mein Budget gibt das allerdings leider nicht her. Das war ein weiterer Testbericht von mir für euch und ich hoffe, er hilft dir weiter. Ich habe euch jetzt alles hier gezeigt und meine Gedanken geteilt. Jetzt könnt ihr selbst entscheiden. Mein Studio hat nun ein neues Teilupdate erhalten und ich bin sehr zufrieden, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Den Link zum Produkt und zum Artikel und zu all meinen Foto-Equipment-Testberichten findest du unter dem Video. Das war es von mir. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Das war es von mir.